Das ist Deutschland, das ist Deutschland, das ist alles wir. Das ist Deutschland, das ist alles wir. Ja, ihr Leben ist gestartet. Ja, ihr Leben ist gestartet. Ja! Ja, ihr Leben ist gestartet. Ja! Deutsche Demokratische Regierung. Was für ein Erfolg! Naja, also ich weiß nicht. Und beim ersten Verrauschen! Klar, er setzt ihn rein! Seine Nachbesteuerliche Träger gegen den Marx, der Reich haben will! Dann wird doch groß und weigerlich der Sozialismus aussprechen! Mit Kindergarten und Vollbeschäftigung! Grundstagsicherheit! Ja, aber warum? Unser Sozialismus! Wir haben uns über den Sicherheitsorgan, dass wir noch immer noch genannt haben! Und wir haben Geschichte geschrieben, der Rücktritt Willy Brandt! Das waren wir! Wir haben das nächste Verlegung in den Westen! Das haben wir mit uns gemacht, bei der Westfälte der Polizei, den Genoss Kuras auf den Weg gebracht! Und überhaupt so wahr, ich bin das auch noch nicht der letzte Wort gesprungen! Ja! Das legst du die Nassenkosten in den Großen! Wobei, der andere ist, ich meine, da muss uns jemand vorstellen, wenn man mal einen Film drehen würde, über die Arbeit der Staatssicherheit, da könnte man, setzen sich die Mühe! In Amerika gab es ein Röschkappel gewinnen! Und da gibt es ein Röschkappel, der ein Röschkappel gewinnen wirken! Das war's! Ich bin das, ob die Bundeskosten im Ohr mit dem Weg gebracht! Aber das war's!